Freunde, jetzt kommt ein ganz trauriges Thema. Ein sehr trauriges Thema. Also ich muss euch sagen, dieses Thema belastet mich seit Jahrzehnten. Nicht nur mich, die ganze Bevölkerung, vor allem die mitteleuropäische, vor allem die deutsche Bevölkerung, ist das ein Thema, ist echt ein Reizthema. Und zwar, wenn man Fett isst, wird man Fett. Wenn man Fett isst, wird man unglaublich Fett. So, Freunde, das Thema Fett, Makronährstoffe. Also wir haben Protein gehabt, wir haben Kohlenhydrate gehabt. Ich mache es so einfach wie möglich. Keine Biochemie, sondern das sogar nicht verstehe, habe ich das in schöne Worte gepackt. So, und jetzt haben wir das Thema Fett. Und das Thema Fett, also überhaupt das Thema Fett, das macht mich wahnsinnig. Ich wisst ja warum, weil heute immer noch jeder Mensch denkt oder ganz viele Menschen denken, wir werden, wenn wir Fett essen, werden wir Fett. Da gibt es doch eine Ernährungsweise, so eine spanische, italienische Ernährungsweise. Also wisst ihr, was die machen? Die essen verhältnismäßig viel Fett. Und die sollen besonders gesund sein. Das ist die komische Frage, warum sind denn besonders gesund die Leute? Und die sind manchmal gar nicht so fett, wenn sie nicht so viele Nudeln essen und nicht so viel Pizza. Ihr lieben Italiener, ich habe euch ganz arg lieb. Ihr macht auch tolle Pizzas, aber die sind manchmal einfach ein bisschen zu groß. Also nicht zu große Pizza essen, nicht so viele Nudeln, sondern ein bisschen mehr Gemüse. Sind wir am Start. Schöner Fisch dazu, auch gut. Ja, das Thema Fett. Fett macht Fett, stimmt nicht. Fett macht nicht Fett. Sondern die Kombination aus Zucker und Fett macht Fett. Und das ist das große Problem, was wir haben, wenn wir Zucker mit Fett kombinieren. Nicht, dass Fett ist Fett. Ist schon Fett, aber macht nicht Fett. Unbedingt. Nur wenn wir zu viel Zucker dazu essen. Also Fette gibt es ja ganz viel. Es gibt tierische Fette. Zum Beispiel, wenn ihr einen Steg nehmt und seht da so weiße Flecken drauf, dann ist das Fett. Und zwar tierisches Fett. Also Fett vom Tier. Okay, dann gibt es natürlich solche Sachen hier, wie das hier. Das ist Leinöl. Ich mache da oben drüber den Fingern, dass wir keine Werbung machen. Das ist Leinöl zum Beispiel. Ein sehr, sehr hervorragendes Öl, was man aber nicht zum Kochen benutzen kann. Okay, Quarkspeisen, Salatspeisen. Aber natürlich nur, wenn ihr ein gutes Leinöl habt, weil gutes Leinöl gibt es nicht überall. Olivenöl zum Beispiel, hervorragend. Kalgepresst, natives Olivenöl aus der ersten Pressung raus, deswegen nativ. Bioöl, Rapsöl. Ja, das sind ganz gute. Walnussöl, Hanföl. Da gibt es ganz viele tolle Sachen. Und diese Sachen, Fette, sind auch wieder besonders wertvoll. Wisst ihr auch, warum? Jetzt kommt es. Jetzt wird es spannend. Ich stelle euch jetzt mal im Hintergrund wieder vor, wie die Musik langsam hoch geht. Wie es dramatisch wird. Vielleicht kann der Kameramann das auch einspielen in dem Moment. Es geht hoch. Jetzt wird es spannend. Und dann kommt die Pointe. Und die Pointe heißt, Fette sind essentiell. Und warum sind sie essentiell? Weil wir sie brauchen. Das heißt, wir können ohne Fett nicht leben. Wenn Frauen zum Beispiel lange Zeit sehr wenig essen und dadurch ganz wenig Fett zuführen. Was passiert denn dann? Dann ist die Gefahr ganz groß, dass diese Ladies sozusagen unfruchtbar werden. Ola, die Walpfe. Und wenn doch so ein Lebensmittel, so ein Nährstoff sowas beeinflussen kann, dass eine Frau nicht mehr fruchtbar ist. Alter, wie wichtig ist denn da Fett? Richtig wichtig. Natürlich muss es kein Butterfett sein. Es darf auch ein bisschen Butterfett sein. Es darf auch ein bisschen tierisches Fett sein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir sollten auch daran denken, dass wir feines pflanzliches Fett zuführen in Form von Leinöl, Walnussöl, Olivenöl. Dann zum Beispiel Nüsse essen. In den Nüssen ist auch gutes Fett drin. In den Bohnen ist auch gutes Fett drin. Ja, und das ist ganz gut, wenn man auch hier wieder eine gute Mischung hat. Also nicht nur ein Fett alleine ist und immer gut mischt, streut. Ein Anteil tierisches Fett, ein Anteil pflanzliches Fett und das gut miteinander kombiniert. Dann hat man eine hervorragende Basis. So, ihr Lieben. Und das war auch wieder das Thema Fett. Ich hoffe, dass ich euch das Thema Fett, also Fett, Fett rübergebracht habe. Man wird nicht Fett von Fett. Also keine Panik. Das ist immer eine Frage Dosierung und man Zucker zusammenhängt. Also habt ihr verstanden? Jawohl, ihr nickt alle. Ich auch. Ja, und ihr wisst ja immer zum Schluss von sowas, da kommt also der Pitcher. Wisst ihr, was Pitchen ist? Pitchen ist, wenn du ein Produkt hast und du kündigst dieses Produkt an. Und ich bin so unverschämt. Ich bin so unverschämt. Und kündige mein Produkt an. Warum kündige ich das an? Weil ich stolz drauf bin. Und auf stolze Produkte, da darf man pitchen. Und zwar von morgens bis abends. Seid froh, dass ich erst zum Schluss gepitcht habe und die ganze Zeit ein bisschen durchgepitcht. So. Ja, Mr. T's Kitchen. Eat good, feel good. Ihr kennt das vom letzten Mal schon. Also wenn du gut esst, dann fühlst du dich gut. Dann bist du auch so potent wie ich. Was gibt es da zum Lachen? Fragt mal meine Frau. Ja, da ist alles drin, was ihr braucht. Also ihr müsst jetzt einfach nur noch bestellen. Und dann seid ihr genauso fit wie ich und seid genauso putzmunder wie ich. Also, Mr. T's Kitchen bestellen und Gutes. Bis bald, Freunde.